Oh, Leute, heute ist so ein schöner Tag! Oh, ich komme gerade von der Schule und... Hä? Was macht Jimmy denn... 1 plus 1 ist 5 und 5 mal 5 ist 26. Hä? Das ist doch... Oh, die Schule macht so Spaß. Mann, Jimmy, alles was du gerade gerechnet hast, war falsch, du dumm Kopf, weil du nie zur Schule kommst. Hä? Nein, 1 plus 1 ist 2 und 2 plus 2 ist 3, das weiß jeder. Nein, das ist falsch. Mensch, 2 plus 2 ist... Ja, 6, genau. Leute, helft mir mal, kommt schon, schreibt es mir in die Kommentare, was ist nochmal 2 plus 2? Oh, ihr habt recht, falls du richtig lagst, dann lass ein Like da. Mann, Jimmy, 2 plus 2 sind 4, du dumm Kopf. Naja, egal, warum warst du denn nicht in der Schule heute? Das war doch unser letzter Tag. Jetzt sind doch Sommerferien. Oh, den letzten Tag muss man nie machen. Das weiß doch jeder, da gibt es immer die Klausuren und dann kann man Kaffee und Kuchen und dann kommen die Eltern. Nein, ich gehe nicht zum letzten Schultag. Es ist ein Tag vor Ferien. Wir haben jetzt eh Ferien. Leute, geht ihr am letzten Tag in die Schule? Wenn ja, dann lasst ein Abo da und natürlich ein Like. Und wenn nicht, dann schreibt unten in die Kommentare, dass ihr auch nicht gegangen seid. Haha, das ist bestimmt lustig. Naja, egal, Jimmy. Da wir jetzt, ähm, ähm, da wir jetzt aber, ähm, Sommerferien haben, sollen wir spielen? Hm, ja, wir können spielen. Wir können Ticken spielen, Fang spielen. Wir können menschärgerlich nicht spielen. Das ist auch langweilig, Jimmy. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns doch suchen und verstecken spielen, Jimmy. Wie geht das nochmal? Also man muss suchen und muss suchen. Ja, okay, das können wir machen. Ja, du musst mich jetzt erstmal suchen. Zehn bis zehn und dann musst du mich suchen und ich verstecke mich. Okay. Eins. Leute, wir müssen uns schnell verstecken. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Neun. Let's go, let's go, let's go. Und wir verstecken uns einfach hier im Baum. Odi, wo bist du? Da bist du ja, Odi. Aha, das ist ein Schweinchen. Das ist ja nicht. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, dass ich hier hinter dem Baum bin. So ein Dummkopf. Nee, Mann, das macht so keinen Spaß. Hätte ich nur bei Braxy im Unterricht aufgepasst mit seinem komischen Röntgenblick oder so. Och, Mann. Röntgenblick? Odi, wo bist du? Leute, ich will diesen Röntgenblick jedem suchen und verstecken gewinnen, Leute. Ich löse einfach auf und dann sage ich, ich suche Jimmy. Und dann gehen wir aber heimlich bei Braxy rein und holen uns diese Brille, Leute. Kommt schon, das wird bestimmt lustig. Lasst es leichter. Ich habe dich gefunden. Oh, du bist so gut, Jimmy. Das heißt, ich bin dran mit suchen und du versteckst dich in der ganzen Stadt, okay? Ja, okay. Die ganze komplette Stadt. Ja, in der ganzen Stadt. Komm schon, ich fange an. Eins, Füß, Zwei. Hm, so ein Dossel. Oh, Leute. Okay, Jimmy läuft schon weg und wir laufen einfach mal jetzt zu Braxy. Da hinten ist schon sein Haus, Leute. Und irgendwie Jimmy meinte irgendwas von einer Brille, Leute. Hätte ich nur bei Braxy im Unterricht aufgepasst mit seinem komischen Röntgenblick oder so. Hä, denkt ihr, ich kriege die Brille geschnappt, Leute? Weil Braxy ist auch gerade nicht zu Hause. Der meinte irgendwas von, er muss arbeiten und hat mir seinen Schlüssel dagelassen. Deswegen sind wir jetzt hier drin. Und Jimmy meinte irgendwas in seinem Labor, Keller oder sonst irgendwas. Hier vielleicht eine Brille. Hm, nee, auch nicht. Hier vielleicht. Hä? Hacker-Brille. Oh, Leute, wir haben sie gefunden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schaut mal. Leute, wie cool ist das denn? Ich habe jetzt eine Brille auf dem Kopf. Und Jimmy hat gar keine Ahnung, dass ich sie habe. Aber was passiert, wenn ich die Brille runter mache, Leute? In drei? Beziehungsweise, wollt ihr es eigentlich wissen, was da passiert? Nicht, dass ich einfach explodiere oder so. Das wollen wir nicht, Leute. Dafür müsst ihr erst mal ein Like da lassen, dass ich nicht explodiere. Weil dann können wir keine coolen Videos mehr für euch machen, Leute. Deswegen liken, 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 liken. Okay, ich mache jetzt meine Brille runter. In drei, zwei, eins. Ah. Hä? Ich sehe ja richtig lustig aus. Aber warte, was passiert hier? Hä? Leute, ich kann... Hä? Ich kann schweben. Hä? Ich kann... Ich kann durch Wände gucken. Und durch Wände fliegen, Leute. Oh, das wird so einfach, Jimmy jetzt zu finden. Hm. Wo könnte er denn sein? Hm. Hm. Wir gucken mal überall hin. Wartet mal. Wir gehen einfach unter die Erde. Und dann sollten wir den eigentlich schon irgendwo sehen, Leute. Oh. Der Dummkopf ist einfach unter Lumi seinem Haus. Haha. Das ist so cool hier. Hier wird der Dusse mich niemals finden. Hm. Oh, Leute. Kommt schon. Wir werden ihn jetzt direkt einfach mal finden. Das wird so lustig, Leute. Oh. Kommt schon. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück zu unserem Körper. Und... Los. Ha. Oh, Leute. Meine Brille ist wieder weg. Und hier bin ich. Und wir gehen jetzt einfach Jimmy finden. Das wird so cool. Der wird bestimmt so sauer sein, weil er denkt, er hat das coolste Versteck der Welt. So. Danke für die coole Brille, Braxy. Und wir gehen direkt zu Jimmy. Er hat gar keine Chance bei Suchen und Verstecken gegen mich, Leute. Das wird so cool. Hm. Wo könnte Jimmy sein? Hm. Jimmy, wenn du mich hörst, dann piepst einmal. Piep. Klar ist er hier, der Dummbatz. Hm. Wo könnte Jimmy nur sein? Jimmy, 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 Jimmy. Hallo, du Dummkopf. Ich hab dich gefunden. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Wieso geht das nicht, Jimmy? Ich bin einfach viel zu gut für dich, du Blödmann. Das könnte nur ein Hacker wissen, dass ich hier unten bin. Hä? Das ist richtig geheim eigentlich. Quatsch. Du hast doch Pieps gesagt. Ich weiß doch, dass du hier warst dann. Ähm. Verdammt. Falls du mir nicht glaubst, dann, ähm, dann versteck dich doch einfach nur mal und ich, ich, ähm, zähle einfach hier nochmal, ja? Na, schön. Aber Tiesner, musst du bis 100 zählen. Gar kein Problem, Jimmy. Hm. Nein, 99, 100. Haha. So, Leute. Wir haben jetzt bis 100 gezählt. Kannst du schon bis 100 zählen? Boah, wenn ja, dann lass mal ein Abo da, Leute. Weil alle meine Abonnenten können bestimmt bis 100 zählen. Boah, das ist bestimmt cool. Na, egal. Leute, wir brauchen wieder, wir müssen wieder unsere Brille aktivieren. In 3, 2, 1. Ha. Brille ist aktiv. Wo könnte Jimmy sein? Nein, da ist er ja. Hä, was hat der vor, der Dummkopf? Na, er wird schon sehen. Wenn er mich so leicht gefunden hat, dann werde ich das versteckt nehmen, womit er niemals rechnen wird. Nämlich der Garten. Nein, Blödsinn, das kann man ja voll einfach finden. Wow. Er bricht bei mir ein, Leute. Na ja, egal. Ich sehe ja, was Jimmy hier vorhat. Und mein schönes neues Häuschen hierhin machen. Hä? Er baut ein neues Häuschen in mein Haus? Ist der doof? Was hat denn der da vor? Er wird denn niemals drauf kommen. Boah, sieht das cool aus. Geheim hier. Dann machen wir hier noch eine kleine Tür hin. Und dann sollte das Ganze schon vollendet sein. Leute, was hat Jimmy denn da für ein doofes Versteck in meinem Haus gebaut? Das sieht ja richtig lächerlich aus. Boah, Leute, schaut mal, wie er da einfach rumsteht. Oh, wartet mal. Er baut weiter runter. Er denkt glücklich, dass das alles war. Oh, nein, nein. Jetzt geht es erst richtig los. Das ist nämlich sein Keller hier. Sehr gut. Und rasen wir hier runter. Und uns schön an der Seite. So. Schaut mal, Leute. Wir können direkt unterm Boden gucken. Und was hat denn Jimmy da vor? Wo will er denn hin? Er hat hier wieder zugemacht. Hm, wir schauen einmal. Das ist ja selber entschieden, was er da macht. Er ist einfach im Boden drin, Leute. Schaut mal, das ist mein Haus. Lumis Haus und Schleimis Haus. Und er ist einfach direkt unter meinem Haus. Oh, yippie. Mein Versteck ist fertig. Das kann er gar nicht finden. Hm, Leute. Sollen wir ihn einfach mal überraschen? Sollen wir einfach mal über ihn TNT platzieren und das alles wegsprengen? Ich glaube, das wird richtig lustig. Na los, na los, na los. So, wir müssen hier einmal runter zu Lumis Haus. Und hier hin und... Oh, Leute. Okay. Und zwar schaut mal, ich habe sogar in meiner Tasche TNT gehabt. Das wird so lustig. Hm. Jimmy, ich komme jetzt. Hm. Na ja, mega. Du wirst mich eh nicht finden. Okay. Er sagt, ja, ja, mir egal. Hm. Was ist das denn für ein Häuschen, Jimmy? Da bist du bestimmt gefangen drin, du Dummkopf. Nein, nein, geh da nicht rein. Das ist... Hä? Da ist gar keiner, Jimmy. Hm. Da habe ich dich wohl reingelegt. Reingelegt, sagt er. Also reingelegt. Er hat doch gar keine Ahnung, Leute. Der Jimmy ist genau, genau hier oben, Leute. Ist da jemand? Weg und... Sendung! Hallo? Hey. Was? Was ist da? Oh. Das war doch nicht genug. Oh nein, Leute. Ich habe mein halbes Haus weggesprengt. Na ja, egal. Das brauche ich einfach mit meinen Freunden nachher. So. Und zittert! Hilfe. Hilfe. Au. Jimmy! Gefunden! Aber... Aber dein Haus! Mann, Jimmy, das ist doch egal. Du hast dein Haus in die Luft gejagt. Mann, Jimmy, das bauen wir nachher auf. Willst, lass uns einfach ein bisschen suchen und verstecken spielen. Wie hast du mich so leicht gefunden? Warte mal. Du hast nicht zufällig die Hacker-Brille von Braxian, oder? Äh, 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 ähm, siehst du eine Brille in meinem Gesicht? Ja, das war eine Gucci-Brille. Ich kenne Gucci-Brille. Ja, das war auch nicht die Hacker-Brille. Ich gebe dir noch eine Chance, Jimmy, okay? Du darfst dich verstecken, wo du willst, okay? Und wenn du gewinnst... Egal wo. Egal wo. Und wenn du gewinnst, Jimmy, und ich dich nicht finde in, sagen wir, fünf Minuten, dann hast du gewonnen und bekommst all meine Diamanten. Okay, machen wir so. Aber wenn ich gewinne, Jimmy, und dich davor finde, dann gibst du mir all deine Diamanten. Und eine Nintendo-Switch. Oh, ich hab nicht, ich hab gar nicht viele Nintendo. Du hast vier Stück oder so, Jimmy. Komm schon. Okay, dann, dann los geht's. Ich zähle hier wieder einen Baum und du versteckst dich. Eins, zwei, drei. Und hundert. Jimmy, ich komme jetzt, egal wo du bist. Oh, Leute, so Brille wieder aufsetzen. Und drei, zwei, eins. Hacker-Modus. Oh, los geht's, Leute, los geht's. Durch alle Wände und durch den Boden. Wir müssen Jimmy finden, Leute. Wo ist er denn hingelaufen? Oh nein, oh nein, oh nein. Hm, vielleicht hier zum Zirkus. Wir müssen uns beeilen, Leute. Es geht um richtig viele Dias. Hm, nein. Oh, hier ist einfach ein Abwasserkanal mit Skimmy-Toiletten. Hm, wo ist Jimmy, Leute? Oh, er ist beim Strand. Ich sehe ihn mit seinem Jet-Ski. Oh, der wird mich diesmal überhaupt nicht finden. Oh, ich werde jetzt zur großen Insel hingehen, die richtig gefährlich ist. Oh, Leute, habt ihr es gehört? Oh, er fährt wirklich zu den gefährlichen Inseln. Oh, nein, Leute, das ist gefährlich. Wir müssen ihn irgendwie aufhalten. Aber, wie gesagt, er kann mich nicht sehen, Leute. Nur ich kann ihn sehen. Oh, nein. Ja, auch schon. Das kann er gar nicht finden. Das ist gar nicht mehr in der Stadt. Das ist hier auf einem richtig gruseligen Berg mit so Kühen und so. Und jetzt müssen wir zu der Lava gehen und uns da einbuddeln. Leute, hört ihr das? Jimmy will in die Lava und sich da einbuddeln. Aber, Leute, das ist uns egal. Wir wissen ja, was er vorhat. Oh, wir schauen mal, Leute, wer sich da einbuddeln will, weil Lava ist echt auch gefährlich, Leute. Jimmy muss echt aufpassen, Leute, weil das ist nur ein Spiel und er brennt schon. Ah, genau das meinte ich, Leute. Er muss sich irgendwie anders verstecken. So, ich werde mir jetzt hier eine schöne Base machen mit Popcorn, einem PC. Mann, es wird ich wieder eh nie kriegen. Deswegen, ich werde dir alles geben. Oh, Leute, das wird so lustig. Hier ist direkt Wasser und Jimmy ist direkt hier drin. Wir können gleich, wenn wir hier herkommen, einfach hier aufmachen. Dann wird seine kleine Höhle geflutet und er muss rausschwimmen. Oh, kommt schon, das machen wir, Leute. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Wir müssen aber wieder schnell zurückfliegen. Oh, Mann, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Und wir brauchen ein Boot. Ich hoffe, ich habe noch in meiner Kiste ein Boot oder so. Oh, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, Leute, let's go, let's go, let's go. Ich müsste hier noch irgendwo ein Boot haben. Oh, hier in meiner Kiste. Oh, hier mein Boot. Dann brauchen wir das TNT nicht. Wobei, das nehmen wir auch mit, Leute. Da können wir dann wieder was sprengen. Und wir müssen uns beeilen, Leute, weil da, wo Jimmy gerade ist, da ist es wirklich gefährlich, Leute. Und ich traue dem nicht, dass dem da nichts passiert. Ich hoffe, ihm passiert nichts, Leute. Wir müssen ihn auch schnell da runterbringen. Oh, Mann, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Oh, so, Leute, wir sind jetzt beim Strand. Komm schon, komm schon, komm schon. Und? Hm. Mach schon. Oh, Mann, mein Boot ist kaputt, Leute. Mach auf, mach auf, geh auf. Oh, das will nicht aufgehen, Leute. Na, egal. Aber vielleicht habt ihr vorhin gesehen, da hinten war noch ein Jetski im Wasser. Oh, da müssen wir schnell hin. Warte mal, wir haben doch die Hackerbrille. Damit können wir da hinreisen. Und? Oh, los geht's, Leute. Und hier sind die Jetskis. Einfach im Wasser. Die sind einfach verloren. Aber wir können einfach da drauf. Und die Brille ausziehen in 3, 2, 1. Oh. Oh, Leute. Oh. Wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Oh, so, Leute. Wir sind gleich schon da. Und unsere Zeit wird schon knapp, Leute. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, wo ist der denn hin? Oh, da ist sein Jetski. Okay, hier ist sein Jetski. Und das heißt, er müsste genau... Kommt da, kommt schon, kommt schon. Er müsste genau hier irgendwo sein. Oh, Mann, Jimmy, wo bist du, Mann? Wir tun nur so, dass der denkt, dass wir nicht wissen, wo ist. Man kann aber nicht finden. Achse, da ist er. Oh, ich werde mich hier schön freimachen. Hier noch ein bisschen was Orangenes legen. Irgendwas freimachen, Leute. Ihr hört ihn schon. So, dann würde ich mal sagen, wir sprengen hier einfach ganz viel TNT. Hallo? Sprengung, Sprengung, Sprengung. Ist hier jemand? Was war das? Jimmy, ich habe dich gefunden, der Dummkopf. Nein, hast du nicht. Ich bin hier irgendwo nirgendwo. Du hast mich noch nicht. Du hast noch zehn Sekunden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier... Nein, nein, Jimmy! Wie kannst du mich gefunden haben? So, jetzt überflute ich hier deine ganze Base. Nein, hör auf, bitte. Das hat zu viel Arbeit gekostet. Also, ich habe dich wieder gefunden und das kostet dich, Tiaz. Oh, Mann, Odi. Das war mein ganzer Stolz. Jimmy, wir brauchen dir eine bessere Base. Vor allem ist es hier... Oh, oh, oh. Tiaz, 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 Tiaz. Boah, so viele. Verdammt, ey. Hier hast du noch mal welche. Mann, das ist nicht fair, Odi. Boah, Leute, seht ihr, wie viel Tiaz ich habe? Ich bin reich. Sei ehrlich, du hast irgendwas mit Brexie am Hut. Irgendwas. Stimmt da nicht. Nein, nein, nein. Stimmt doch, Leute. Nein, ich habe damit nichts zu tun. Gib mir mal deine Brille. Äh, nee, lieber nicht. Lass uns einfach mal nach Hause gehen, Jimmy. Komm schon. Na gut, aber wird es trotzdem ganz, ganz komisch bei der Sache hier. Boah, komm einfach mit, Jimmy. Wirklich, das hat nichts mit der Brille zu tun. Odi? Ja? Ich weiß, dass Brexie so eine Eckerbrille hat. Und die sieht genauso aus. Das stimmt nicht. Ich habe jetzt gewonnen. Und alle Diamanten gehören mir. Odi, das sind meine Tiaz. Gib dir her. Oh nein, er hat sich rausgewunden, Leute. Nein, nein, nein. Wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Tschüss, du Dummkopf. Oh. Du wirst sehen, was du davon hast. Bleib stehen, Odi. Niemals. Du wirst mich niemals kriegen, du Dummkopf. Krieg dich natürlich. Nö. Oh, doch. Wenn du jetzt nicht nehmen bleibst, dann gibt es richtig Ärger. Weißt du was? Ich werde das alles Brexie sagen, dass die Brille Brexie gehört und du sie geklaut hast. Oh nein, Jimmy. Du darfst das niemandem sagen. Komm schon. Also hast du es zugegeben, ja? Ähm, nein. Habe ich nicht. Ähm, das ist meine Gucci-Brille, so wie du es gesagt hast. Die Brille. Gucci hat keine Hackerbrille, sonst hätte ich da längst eingekauft. Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, was machen wir denn jetzt? Wir müssen ihn irgendwie abwimmeln, Leute. Oh nein, oh nein. Und dann müssen wir mit der Hackerbrille zu Brexie in die Garage. Oh, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Odi? Weißt du, wie wir das klären? Odi? Ja? Odi, wo bist du? Oh, sehr gut, Leute. Er hat mich nicht gesehen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ah, du bist im Geschenk drin. Sei ehrlich. So, Leute. So. Hackerbrille in 3, 2, 1. Oh, Leute, los geht's, los geht's. Durch die Erde. Und schnell zu Brexie. Das ist Schleimiskeller. Das ist Brexieskeller. Komm schon. Oh. Und Brille ausziehen in 3, 2, 1. Oh, Leute. Oh, wir müssen die Brille schnell ausziehen, damit Jimmy gar nicht bemerkt, dass ich die Brille hatte. So. Und wieder hoch und wieder hoch. Wir rufen jetzt einfach Jimmy und sagen ihm, hä, die Brille ist doch die ganze Zeit bei Brexie gewesen. Jimmy. Ja, Jimmy, hier. Schau, ich hab gar keine Brille auf. Du kannst bei Brexie gucken. Ja, das werde ich jetzt auch machen. Ich werde das überprüfen. Und wenn du mich angeflunkert hast, gibt es richtig Ärger. Dann werde ich Brexie alles erzählen. Und dann kriegst du Riesenärger. Mach doch. Und krieg ein meine Dias wieder. Kriegst du aber nicht. Wo soll denn die Brille sein? Hm? Da unten in seinem Hacker versteckt. Wo denn? Na, hier. In so einer Kiste hat er sie drin. Hier, Hacker-Brille. Ja, da ist sie doch. Schau. Ich hab damit nicht gehackt, du Blödmann. Das heißt, alle Diamanten gehören mir. Haha. Ich hab gewonnen. Tschüss, Jimmy, du Blödmann. Oh, Leute. Wie cool. Wir haben es geschafft. Wir haben richtig viele Diamanten gemacht. Naja, unser halbes Haus ist irgendwie kaputt. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Oder, Leute? Helft mir am besten dabei. Mit einem Like und einem Abo, Leute. Und checkt auf jeden Fall die zwei Videos hier oben ab, Leute. Und natürlich mein Freund Jimmy. Nicht vergessen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Macht's gut und tschüss.